Super, ich verabschiede mich mal. Herzlichen Dank. Sehr schön. Einen wunderschönen guten Abend und schön, dass Sie alle wieder hier sind. Es ist Montag, es ist 18 Uhr für den Frieden, für die Freiheit, für die Wahrheit und die Selbstbestimmung. Und wir gemeinsam heute wieder hier in Chemnitz, mehrere hunderte oder tausende Menschen sind heute wieder auch in anderen Städten unterwegs. Für die gleichen Ziele und vor allem für den Frieden. Rasa Sanato, wir wollen keinen Krieg. Wenn man dann wieder die Schlagzeilen so liest, dass es jetzt wieder eine Truppenübung geben wird im Juni in Sachsen. Keine Ahnung, für wen die das dann schon wieder planen und vorbereiten. Naja. Wir haben heute wieder einen Gastredner, den lasse ich jetzt gleich ans Mikrofon wieder. Der gute Mann aus Sönitz war schon ein paar Mal da. Auf geht's. Ah ne, können wir ja noch gar nicht. Warte, warte, warte. Es ist wichtig, zu feiner vergessen. Ja. Kommen wir erstmal zu den Auflagen. Glasflaschen bzw. Glasblätter, gleich welchen Inhalte es zu hoffen, werden der gesamten Grundgebung nicht mitgeführt werden. Der Konsum von alkoholischen Getränken und der Konsum von Drogen und Rauschmitteln während der Versammlung wird untersagt. Ihr kennt das, die Stunde muss es gehen. Der Konsum, äh, das Mitführen von unten während der Versammlung ist untersagt. Dies gilt nicht für ausgebildete Behindertenbegleiter und der Notwendige Einsatz nachweisbar sein muss. So, das haben wir. Auf geht's. Das Konsum von Hunden. Ja? Das Konsum von Hunden. Ja. Liebe Freunde der Freiheit, liebe Freunde des Friedens, leider, leider ist mir bei der letzten Demo für Frau Dr. Riedschle an der JVA in Chemnitz ein dummer Fehler unterlaufen. Ich hatte dort von unserem, von unserem Kanzler gesprochen. Dafür entschuldige ich mich. Es ist nicht unser Kanzler. Es ist der Kanzler einer grün-rot-gelben sozialistischen Minderheitskaste, die jeglichen Bezug zur Realität und den Bürgern verloren hat. Und nun einige Zeilen aus dem Lied Vaterland von Sillien. Mein Vaterland ist fit und fleißig und macht was her. Und seine Wertarbeit ist bis heute legendär. Mein Vaterland macht mit Maschinen viel gutes Geld. Maschinen für das Tätten, für fast jeden Krieg der Welt. Der Tod besteht auf Qualität und sie verkauft sich gut. Das Geld verwandelt sich am Horizont in fremdes Blut. So weit, so gut. Die EU schickt nun eine Million Granaten in die Ukraine. Neuerdings kommt auch noch Munition mit Urankern zum Einsatz. Geht's noch? Sieh mal an, sieh mal an, Frau Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Waffen für die Ukraine sind Pflicht christlicher Nächstenliebe. Es ist nicht lange her, da wurden von Leuten wie Frau Kurschus die ungetestete, schädliche und mit täglichen Lebenwirkungen daherkommende Impfung als Akt christlicher Liebe verkauft. Jetzt ist es schon grinslich, den Aktorenkrieg zu riskieren. Reicht es denn nicht, dass schon jetzt 20.000 Söldner in der Ukraine töten? Die gelbe Frau, die gelbe Frau mit den vier Namen sagt doch allen Ernstes in den Tagesthemen. Die Soldaten müssen für uns in die Schlacht ziehen, um unsere Freiheit zu verteidigen und das mit ihrem Leben. Diese Person hat auch zwei Söhne und eine Tochter. Die kann doch mit gutem Beispiel vorangehen. Übrigens, übrigens ist sie auch Mitglied im Förderkreis Deutsches Heer, ein 1995 gegründeter Verein und Lobbyverband der deutschen Rüstungsindustrie. Welchen Interessen wird diese Frau wohl vertreten? Die ausgemusterten und wehrdienstverweigerten Regierung können sich da an die Front begeben. Diese Kriegstreiber dürfen gerne als Kanonen vor der Heer halten. Wollen wir zum dritten Mal versuchen, Russland zu besiegen? Wollen wir, dass wieder Frauen ihre Männer und Mütter ihre Söhne beweinen? Wollen wir, dass wieder Frauen und Mädchen an Scheunentore genagelt werden, um sie erst zu vergewaltigen und dann zu töten? Wollen wir, dass wieder Frauen und Mütter ihre Söhne beweinen? Wollen wir, dass wieder Frauen und Mütter ihre Söhne beweinen? Aber zum Glück, aber zum Glück haben wir jetzt Panzer mit spezialgefederten Sitzen im aufmunterten Regenbundesign für männliche Schwangere ohne Tampons. Mal eine Frage. Wo sind denn die Abermilliarden Euro für die Bundeswehr geblieben? Noch eine kurze Anmerkung zum Zustand des Landes. Es gibt kaum noch Medikamente und der sogenannte Professor mit der Fliege, Architekt der Freiheitsberaubung, der Leugner der Impfnebenwirkungen, Wendeheiß und Drockschuh-Lautsprecher mit dem gefälschten Lebenslauf Lauterbach und mit ihm die gesamte Regierung soll davon gejagt werden. Wir brauchen in der Regierung Spezialisten und Fachleute und keine Studienabbrecher, die noch nie in ihrem Leben etwas zum Sozialprodukt beigetragen haben. In der freien Wirtschaft werden viele von denen Sozialhilfeempfänger, weil sie rein gar nichts gelernt haben. Die Ampel ist nicht in der Lage dafür zu sorgen, dass Züge pünktlich fahren. Unsere Straßen und Brücken sind kaputt, Kindergärten und Schulen sowie andere öffentliche Einrichtungen verfallen. Und die Studienabbrecherin Göring-Eckardt legt noch einen drauf, in den sie auf Zwitter faselt. So viele arbeiten hart und müssen jeden Cent zweimal umdrehen. Die Härte der Krise treffen nicht alle gleich. Deshalb, wer hat, soll was geben. Reichstum wird verpflichtet. Gerade jetzt. Wir brauchen Umverteilung von unten nach oben. Da soll sie mal lieber bei sich anfangen. Es gibt kein Vertrauen mehr in die Politik, weil der Staat und die Politik das Eigentum nicht mehr respektiert. Enteignungen werden erwartet. Zwangsbeleihungen werden kommen und Immobilienbesitz wird entwertet. Rentner müssen zur Tafel gehen und Flaschen sammeln, während die Politik unser Steuergeld für irgendwelche Utopien zum Fenster hinauswirft. Die unkontrollierte Zuwanderung von Menschen in unser Sozialsystem muss sofort beendet werden. Es ist kein Platz mehr am deutschen Tischlein. Und noch ein kleiner Satiresatz zum Schluss. Satire. Wenn die Chinesen herausfinden, dass die getrockneten Hoten der Grünen potenzfütternd sind, ist das Problem für immer gelöst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Röntgen. Viel schlimmer ist jetzt, was in Rumänien stattfindet. Das Manöver. Ganz schlimm. Es werden noch Freiwillige gesucht, die den Banner bitte mittragen. Das wäre super. Und Fahnen haben wir noch übrig. Greift zu den Fahnen, davon haben wir genug. Wäre schön, wenn sich der eine oder andere so eine schöne Freundin von uns schnappt. Und noch eine kurze Werbung von... Hallo, Chemnitz. Kurze Durchsage. Wie immer jeden ersten Donnerstag im Monat. Die Chemnitzer Fägen. Annenberger Straße raus zu, hinter der Polizei. Kurz vom Südring, rechts rein, in der Wartburg. Dort mal immer zu den Dingen, dass wir schon lange tun, die man nun unsere Demo etwas übersteigen würde. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen dort wieder begrüßen zu können. Danke. Dann gut marsch. So, also Demo wieder. Ich möchte mal die AfD herzlich begrüßen. Was ist denn? Ich will mal die AfD herzlich begrüßen. Ja, da tut mal herzlich. Ich grüße die Freien Sachsenherden. Super, super. Willst du nur noch was sagen, oder? Alles gut. Alles gut. Alles gut. So, wir sehen, ob hier vorne auch noch jemand ist. Das finde ich gut. Diplomaten statt Granaten. AfD, Sachsen, Chemnitz, Kreisverband. Super. So, also Demo-Lied. Das ist ein Demo-Lied, kein normales. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht gelöscht werde. Wahnsinn. Wir sind das Volk, also ein Demo-Lied. Demo-Lied. Wir sind das Volk. Und das nimmt uns keinem. Ich grüße die Basis ganz herzlich. Aber bei schönem Wetter kann jeder spazieren gehen. Also ich habe heute schon unheimlich überlegt, ob ich einen Livestream mache, weil die Livestreams auch ganz gut ankommen. Auch auf meinen Hauptkanal, aber ich habe es dann doch gelassen wegen bestimmten Liedern. Und wie gesagt, wenn man fünf, sechs Sekunden mal die Helene Fischer drauf singt, zumindest auf dem Video, wann wachen wir auf? Was in den Öffentlich-Rechtlichen nie kommt, dieses Lied. Und mal weiter, warum? Weil da könnten vielleicht doch noch ein paar Leute im Mainstream aufwachen. Und Friedens ist unser zentrales Thema. Jetzt kann man sich gerade erst denken, was da sind die Leute. Ich möchte hier immer wieder an der Stelle hören, dass Personen, wie zum Beispiel der Historiker Brandt, der Sohn und Willy Brandt, der jetzt kürzlich dieser Tage auch wiederum gefordert hat, es müssen Friedensgespräche oder zumindest erst einmal Gespräche zwischen den verfeindeten Parteien, also Russland, Ukraine, beziehungsweise Russland, Amerika genau genommen, also USA, müssen stattfinden. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn hochkarätige, wenn hocherfahrene, intelligente Menschen diese Forderung nach Frieden stellen, müssen wir lesen, dass dieses wieder die Verschwörungstheorien auch in meinem Garten ist. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, dass ich jetzt hier nach vorne komme. So, hier ist auch die AfD unterwegs. Super, ich grüße euch. Danke für euren Einsatz. Super. Ja, und hier kommt auch ein bisschen Farbe mit ins Spiel. Die Freien Sachsen, identitäre Bewegung und was wir alles noch zu erwarten. Und ich denke mal, das ist eine super Sache. So, mal sehen, ob ich das jetzt noch schaffe hier vor. Ich denke mal, das sieht gut aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also das ist auch wieder ein Demolied. Also das ist kein normales, gewöhnliches Lied. Das ist ein Demolied, ein Demolied. Muss man mal sagen. Wie gesagt, ein Demolied. Hallo. Ein Demolied, ein Demolied. Wie wir gerade im Kreuzungsbereich sind und doch sehen, dass die einen oder anderen an uns heute zum Stillstand gebracht werden. Also ich denke, das lässt sich wieder sehen heute bei der Kälte. Also das sind so zwei, drei Grad, aber sehr windig ist der Regen. Und eine super Sache. Also Montag, nächste Woche Montag, dann ist natürlich Feiertag. Und ja, also da geht es um 10 los. Die Ampel muss weg, genau. Oder stoppt die Ampel, die Ampel muss weg. Ja, kann man nehmen, wie man will. Alles beiß richtig. Also bei schönem Wetter kann jeder spazieren gehen. Es muss auf jeden Fall auch so funktionieren. Auch bei so einem Wetter und ist schon eine schöne Sache. Spazieren ist und bleibt auf jeden Fall. Ist gesund. Ja, also den Vorteil haben wir natürlich, dass jetzt so hier so ein bisschen heller ist. Auch eine super Sache. Und ja, vielen, vielen Dank an alle Leute, die hier gekommen sind. Gesicht zeigen. Und das ist ja wichtig. Das ist wichtig. Und jetzt werde ich mich nicht anschließen. Und dann werden wir noch ein bisschen reden mit ein paar Leuten. Und dann denke ich mal, ja, mal sehen, ob ich dann vorne, wo die Theaterstraße losgeht, ob ich das geschafft habe, dann wieder vorzukommen. Aber wie gesagt, wir werden es sehen. Und dann sind wir da so stehen. Ich denke, auch und auf Wunderlein ist durch so ein Begriff. Super. Super. Ich habe so viele Videos gemacht. Okay. Ich habe schon in Zwönes. Ich habe mit einem Wunder gesprochen. Jungs, ich komme. Das ist schon eine Stattuhe. Ich habe wieder mit dem Satu. Ja, ja, ja. Ja, sie haben eine Stattuhe. Ja, ja. Okay. Ich habe eine Erachtung. Ich bin alle. Ich habe da nicht. Ich habe da nicht. Allgemein. Das wolltest du dir die ganze Zeit machen. Ich danke dir. Ja, jeder, wie er kann das. Ganz wichtig. Darüber zu sprechen. Dafür sind wir da. Wir haben den Mut. Und nicht nur in so einer Masse. Wir sind jederzeit zu diesen Themen auf der Straße im Privaten ansprechbar. Macht es gut, euch zu diesen Themen mit uns zu konfrontieren. Oder halte mein Ding, was man Wahrheit realisiert hat. Zurück zu Frau von der Leyen. Was ist hier im Gange? Nun ist sie mittlerweile schon im Gespräch, dass sie als neue NATO-Generalsekretärin gehandelt wird. Wenn das der Fall ist, dann setzt sich das Handeln, was sich von Deutschland, also von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, ausgestrahlt und fortgesetzt hat. Das ist auch der Grund. Schnauze voll mit Bevormundung. Sehr schön. Deutlich ausgesprochen, Klaus. Sehr schön. Das hat mit der Geschichte zu tun. Aber die hier, die möchte keine Regierung, die haben wahrscheinlich den Bezug zur Geschichte verloren. Aber ich möchte da gerade so tief da reingehen. Meine Frau hat sie noch mit ihr gesprochen. Ja? Sie wollen da gut, ja? Super. Super. Ja, super. Super. Und der Wind macht es natürlich doch. Aber da fehlen natürlich die Fahnen sehr schön. Und von Frieden ist das doch eine super Sache, wenn die Fahnen richtig fehlen. Da sieht man viel mehr. Also wenn es nützt, ist es doch gut. Super. Wir stehen zueinander. Wir haben einen. Aber es geht auch um so etwas wie Freundschaft. Und es geht auch darum, einzustehen. Einzustehen und sich einzugestehen, dass wir tatsächlich in einem harten Kampf sind. Daran wollen wir aber nicht verzweifeln. Wir stellen uns dieser Tatsache, wir schauen immer wieder nach rechts und links. Wer steht neben uns? Wem kann ich offenbar mehr vertrauen als sehr vielen Leuten, die mir sonst auf der Straße begegnen? Lacht euch einfach einmal aneinander zu. Zwinkert euch mal zu, dass ihr wisst, wer ist neben mir, wenn ihr euch mal wieder seht. Und wir werden sehr wichtig für uns in Zukunft sein, um gegen von der Leyen, Scholz, Habeck mit dem Menschenverstand einzustehen. Von daher, schön, dass ihr da seid. Wir sind nicht die Mehrheit. Das muss man mit Bedauern, muss ich hier feststellen. Aber wir sind dennoch stark. Wir haben einen starken Willen und Überzeugung und Werte. Dafür danke ich euch, dass ihr dabei seid. Ich habe hier etwas ganz Interessantes von Kompakt. Und ja, sehr schön. Jawohl. Das ist alles in Scherbenzelt. Traurige Sache, aber Dankeschön. Dankeschön. Politik ohne Verstand fährt die Karre an die Wand. Jawohl. Ach eine schöne Sache. Über, über. Über. Ja. Jawohl. Also, Demolieder. Demolieder sind das. Das sind keine öffentlich-rechtlichen Lieder. Mussten wir immer hier mutfischlich reden, sonst spannen sie wieder hier. Alles ist nicht normal. Dann spannen sie mir wieder die Videos. Wenn ich hier wieder... Alles ist nicht mehr normal. Alles ist nicht normal. Ich bin der Arbeiter, denn in ihrem weltweiten Fall klappt. Und sagst du wirklich nur, wenn man bedachtes Wort ist. Beherr der Verwurteil dafür hundertfachen Mord. Am öffentlichen Pranger, die ideale Kugel. Weil sie es immer mit den gleichen Schemata versuchen. Darum gibt's wenig Künfte. Wie darf ich denen was zu tun? Weil starke Messages nicht für CD-Vergäufe gut sind. Ist mir egal. Ich gehe freiwillig vor. Denn ich hab Rückraut. Vielleicht kommt es euch scheiße nicht vor. Doch ich bleib killes Mann. Stopp die Regierung. Genau, wie sie möchte gerne Regierung. Sehr schön. Super. Super, danke. Super. depend Bir. Das ist ahnung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Da sind schon etnische Leute hier mit dabei. Das sieht es sehr schön. Auch bei diesen widrigen Wetterumständen. Aber ja, das sieht es aus. Untertitelung. BR 2018 Ich hoffe, dass das kein Traum bleibt, sondern verwirklicht wird. Und wir müssen mit dem einstelligen Wetterstatum rüber. Wir mögen vielleicht nicht die Mehrheit sein, die derzeit auf der Straße unterwegs ist. Aber wir halten uns zusammen. Wir gemeinsam für den Frieden, für die Freiheit, für die Selbstbestimmung, für die Wahrheit. Wir gemeinsam für diese Zukunft, für eine Zukunft, die es sicher lohnt zu leben, für unsere Kinder, für die Alten, die in der Arbeit leben müssen. Damit muss Schluss sein. Unsere Steuerfälle in unser Land. Damit wir wieder jung werden. Damit wir eine Zukunft haben. Und keiner mehr Flaschen sammeln gehen muss. Weil Millionen und wie viele Millionen in irgendwelche Kriege investiert werden, die nicht von uns vom Boden ausgehen. Denn kein Krieg liegt mehr von Deutschland aus. Und wir werden uns auch nicht beteiligen. Also ich kenne immer noch jemanden, der für Krieg ist. Also alle Leute, die ich kenne, die sind für Frieden. Und das ist eine gute Sache. Wunderbar. Und das müsste eigentlich der Schnittpunkt für alle Leute sein. Aber naja, das scheint eine andere Geschichte zu sein. Aber ja, also ich kenne niemanden, der für Krieg ist. Also das ist ja schon mal eine gute Sache. Das macht eigentlich Hoffnung. Und es tut natürlich Mut schöpfen, dass es eben solche, also wenige Leute sind, die hier Krieg haben müssten. Aber das sind die, die dran verdienen, die in diesem Machtkarussell und diesem Geldkarussell mit verdienen. Und ja, vielleicht auch ein paar, die erpresst werden oder irgend sowas. Keine Ahnung. Aber es ist eigentlich schlimm, weil der gesunde Menschenverstand sagt, eigentlich Frieden mit allen Völkern. Weil ich gehe mal davon aus, wenn nicht gerade Macht, Geld oder andere Interessen dahinter sind, kämmen die Leute gar nicht auf die Idee, irgendwelche andere Leute, ja, mit Kriege überziehen. Ganz einfach. Wir haben nun schon als Kölnenspieler auch mit einigen von Ihnen gesprochen. Sie zeigen sich auch, Sie sind auch ein Freund. Super, danke für euren Einsatz. Lasse, Lasse. Super. Klar, wir haben jetzt schon gesagt. Wir haben jetzt schon gesagt. Leider konnten wir dieses Jahr nicht zusammen in der Oster Mars veranstalten. Ich weiß nicht genau, ob Freitag oder Sonnenspieler, von den bisherigen aktiven Kräften anders durchgeführt wurde. Also da, liebe Mitstreiter, liebe Chemnitzerinnen, liebe Chemnitzer, ganz klar, ich möchte hier für die Ehren von selbstbenennender linker Seite durchgeführende Demo, den Ostermarsch, dafür Werbung machen, darauf hinweisen, aber noch viel mehr natürlich im eigenen Sinne. Kommt zu uns, kommt zu dem Ostermarsch, für Frieden, für Frieden, der von Deutschland ausgehen soll, mit dem wir uns gemeinsam einsetzen, am Ostermontag, 10 Uhr, auf der Brückestraße, vor dem Nischen. Seid dabei, habt Mut, zeigt euch. Also das ist ein Demo-Lied, das ist kein normales Lied, das ist ein Demo-Lied. Nummer ist nur am Range, Prima ist bezahlt, ob wir solche Rieder da haben, ist ja kein Problem, normalerweise, normalerweise. Frage, jest, co über die Schacji na une. Huh, dule usechen. Wie, 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 wie? 말하시는 Paar Welte, niemals, wie, wie? Wie egal, wie, 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 wie? Ne, we, wie, 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 wie? Super, danke den Anlagen, super Sache, klasse. Grüß dich, was? Servus. 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 Wir sind live, oder was? Es ist gezeigt, wir gemeinsam, als Gemeinschaft, als Volk, wir alle zusammen für dieses Land, für diese Freiheit, für diesen Frieden, Frieden auf dieser ganzen Welt. Wir zeigen jeden Montag, es ist, und nächsten Montag bringt dann 10 Uhr, wer es noch nicht gehört hat, eine große Friedensdemonstration. Ich hoffe, es wird keine Gegenproteste geben, denn wer gegen Frieden demonstriert ist, für Krieg. Und solche Leute sollten dann auch an die Front gehen, da wo sie dann entgehören, denn wer für Krieg ist, gehört an die Front. Wir sagen auch generell, Schluss mit einer Spaltung, denn dieses Land muss gemeinsam funktionieren können. Es hat schon gemeinsam funktioniert und wir werden Spaltung nicht zulassen, weder von außen noch von innen. Wir sind gemeinsam auf der Straße als Volk und deshalb suchen wir immer wieder auch Gespräche am runden Tisch etc. mit Parteien, mit allen anderen Oppositionen etc. alle direkt bereit sind, das Ganze mitzutragen oder Gesicht zeigen wollen, damit wir alle gemeinsam dieses Land stärken, dieses Land gemeinsam nach vorne bringen und wieder eine Zukunft haben, für die es sich lohnt. in dem man eben keinen Krieg führt, in dem man Gespräche führt, Lösungen sucht, ohne Krieg, ohne Waffen, kein Aufbau von irgendwelchen Pulverfabriken in Sachsen oder irgendeine Panzerfabrik in der Ukraine. Das sind Vorbereitungen für größere Kriege und damit haben wir ein Problem. Das wollen wir nicht. Denn alles, was sich dort abzeichnet, ist auch ganz klar, es verdienen die falschen Leute, Milliarden über Milliarden und damit muss Schluss sein, denn es sind unsere Steuergelder und wir haben das Recht, darüber zu entscheiden, für was sie gebraucht und verbraucht werden. Und es kann nicht sein, dass das für irgendwelche Waffen genutzt wird, für einen Krieg, mit dem wir nichts zu tun haben, für einen Weltkrieg, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Frieden ist eine Lösung, Krieg ist keine. Wer uns gerne unterstützen möchte, wir haben hier vorne wieder unsere kleine Box stehen und heute machen wir zum Abschluss, müsste drinnen sein, genau, die Gedanken sind frei heute zum Schluss. Jawohl. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erwarten, sie fliegen vor Heim, die nächste Schatten. Kein Mensch war, sie wissen, kein Jäger, sie wissen, es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will, auch was mich dann lieben, auch alles in der Schatten. Und wie es dich schenkt, muss man schon begehren und niemand verwehren, es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt sind noch schön lange geredet, sich unterhalten mit ein paar Leuten Und macht's schön gut Und man sieht sich am Montag in Chemnitz Zufriedensdemo am Montag 10 Uhr Also Ostermontag 10 Uhr Macht's schön gut Man sieht sich auf der Straße und haltet zusammen. Tschüss!